Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Loretta Hickman, ihr Mission Coach. Wir sind hier mitten in der zwölfteiligen Videoserie 12 gute Gründe, ihre Mission zu kennen oder 12 gute Gründe, die eigene Mission zu kennen. Und hier kommt guter Grund Nummer 11. Guter Grund Nummer 11 ist Harmonie und Frieden. Es ist einerseits nicht erstaunlich und auf der anderen Seite doch wiederum erstaunlich. Ich habe tatsächlich, wenn ich mit Menschen arbeite und ich mache diese Arbeit jetzt seit 2006, egal was die berufliche Herkunft eines Menschen ist, sehr unterschiedlich. Es kommen, diese Leute kommen auch zum Teil aus Jobs, wo eine gewisse Aggressivität verlangt wird oder ein, wo ein gewisser Zynismus normal ist oder eine permanente Kontrolle und Selbstkontrolle oder sogar Dominanz und diese, ja, so. Und ich habe, wenn wir ein bisschen tiefer graben, ich habe herausgefunden, dass wirklich alle Menschen die gleiche Sehnsucht haben. Nämlich, wenn wir in die Welt gucken, wir hätten gerne bitte mehr Harmonie und Frieden miteinander da draußen. Warum können die Menschen nicht in Frieden leben, in Harmonie? Das ist offensichtlich eine Sehnsucht, die uns alle jenseits von Herkunft, Geschlecht, Kultur, religiöser Zugehörigkeit, Alter, die uns verbindet. Und ich habe festgestellt, dass je länger jemand on Mission ist, also Tag für Tag, den gewählten Kontext, das was jemand in ihm ist oder ihr, diese Werte, die Vision, das was jemand in seinem höchsten Potenzial ist, in dem Maße, wie sich jemand tagtäglich traut, dementsprechend zu leben. Und dann entsteht automatisch Harmonie und Frieden, diese Entspannung, dieses, da ich mir tagtäglich erlaube, das zu sein, was ich bin, ganz unabhängig von den Umständen. Gerate ich mit mir in Übereinstimmung und daraus entsteht eine Form von Harmonie und Frieden, von Zentriertheit vorne in der eigenen Mitte rum. Das geht bis Beginn zuerst unmerklich, aber wird Jahr für Jahr stärker und das ist dann sowas wie ein inneres Refugium, das zu jedem Zeitpunkt betreten werden kann. Und egal wie turbulent die Umstände werden oder wie intensiv eine äußere Situation, natürlich kann es schon mal sein, dass man selber in Emotionen gerät und dass man auch leidenschaftlicher wird und sowas. Aber die Grundstimmung, das basso continuo, was sich durchzieht, ist dieses Gefühl von bei sich selbst angekommen sein. Und dadurch, dass man und Frau damit unterwegs ist, jeden Tag, egal was wir tun, ist es natürlich auch etwas, was unbewusst die Umgebung zu spüren bekommt. Es ist wie ein Abdruck, ein emotionaler, ein energetischer, fühlbarer Abdruck. Dieser Mensch ist eins mit sich, ist bei sich angekommen. Und dadurch entsteht Harmonie und Frieden, weil ich nicht mehr zwei, drei, vier oder fünf geteilt durch die Gegend laufen muss. Nämlich einerseits diese Bedürfnisse erfüllen muss, die in mir sind, auf der anderen Seite die Erwartung der anderen erfüllen muss, auf der dritten Seite die Miete reinholen muss, dann vielleicht auch noch eine Karriere planen strategisch muss und das führt auf. Also, guter Grund Nummer 11 ist Harmonie und Frieden, weil ich Tag für Tag mehr in großer Entspanntheit in meiner Mitte bin und immer mehr bei mir ankomme. Tag für Tag mehr. Und ich bin Loretta Hickmann, Ihr Mission Coach. Und wenn Sie Fragen, Anregungen, Kommentare haben, entweder hier im YouTube-Kanal posten oder auf meiner Homepage http live-on-mission.com oder Sie schreiben mir eine E-Mail live-on-mission-at-hotmail.com Und ja, treten Sie in Kontakt mit mir, ich freue mich und wünsche Ihnen einen harmonischen und friedlichen Tag. Bis dann!